Urlaub einmal anders buchen, so könnte das Motto bei der Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft lauten. Dort ist jetzt nämlich eine kostenlose Broschüre erhältlich, in der Wohnungsunternehmen aus ganz Deutschland ihre Gästewohnungen anbieten. Die Buchung kann dann ganz einfach telefonisch oder per Mail erfolgen. Das Ganze geht natürlich auch im Internet unter www.urlaub-spezial-deutschland.de